Ich muss aber mal mit dem Hauptquartier reden, dass wir uns demnächst mal irgendwie auf einer Wasserwelt gliederlassen. Warum? Ich will schwimmen gehen. Ja, es ist immer Eis. Ich verstehe es nicht. Deswegen sag ich ja. Demnächst mal mit dem Hauptquartier quatschen. Oh ja, U-Boot bauen. Ja. Sag mal. Ach so. Das sind doch keine... Warum kann ich da nichts setzen? Oh. Ach so. Ah ja, passt. Jetzt weiß ich, warum ich da nichts setzen kann. Dann ist gut. Hm. Kurz an mir selber gezweifelt, aber nee, nee. Kommt schon hin. Na dann. So. Das muss ich mir nochmal angucken. Aber es wird auch gedacht. Was denn? Die Solarpendels sitzen alle so, wie sie gerade mal lustig waren. Richtig. Hauptsache läuft. Hauptsache läuft. Hm. Na, da kann ich leider nichts hin platzieren, aber das ist wurscht. Dann haben wir das da unten. Hm. Das war das jetzt doch nicht. Nee. Da brauche ich mal eine Säule vielleicht. Hm. Oh, ich habe eh welche, aber... Das sind echt drei. Das ist vielleicht ein bisschen too much, ne? Wohl als Landeplattform. Hm. Einer frei. Also hier. Hm. 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 So. Wenn an den Sachen so ein komisches Zeichen mit einem Kreuz drin ist, heißt das, ich kann die nicht bauen, weil ich die Erweiterung nicht habe? Es kann sein. Ich weiß tatsächlich ehrlich gesagt nicht, wie das aussieht. Du meinst von der Farbe her, oder was? Nein. Zum Beispiel jetzt, ähm, hier, äh, nehmen wir als Beispiel Geländer. So, und da habe ich so ein, so ein... Sechs-Eck-Eck mit einem Kreuz drin oder so, keine Ahnung. Geländer. Äh, dekorative DLC ist das. Wenn du das DLC nicht hast, kannst du es nicht setzen. Äh, der Spaß kostet mich, was? So, da wird's... Oh Gott. Oh, da muss ich mir vielleicht noch was einfallen lassen. Hm. So. Nee, ehrlich gesagt... Jetzt schauen wir mal. Die werden wir da mal in Grau einziehen. Äh... Naja, jetzt sind die Scheißdinger da am Weg. Naja, dann machen wir's umgekehrt. Was soll's? Äh... Wo ist da jetzt der... Ist er doch... Okay. Dann müssen wir da anfangen. Schon ein komischer Planet, wo wir hier sind. Warum? Ah. Sag doch, ich find... Find ihn schon ein bisschen seltsam. Seltsam ist gut. Wenn du das sagst... Ja... Ich hab mir jetzt auch nur was ausgedacht. Eins, zwei, drei... Ja... Ja... Ja, da haben wir noch. So... Und dann so. Ob da drei reichen? Äh... Dann machen wir halt immer drei. Zack. Zwei. Drei. Da brauchen wir's eh nicht. Ja... Ich... Genau... Ach... ...so... Ja, flieg doch hin. Nee, das ist mir fast ein bisschen zu weit weg. Ja. Danke. Sorry. So. Nein. Okay, ja gut. Schwerkraft kann auch was Gutes sein. Aber nicht immer. Nee, Blöcke fallen automatisch nach unten. Ja. Das ist gut und schlecht zugleich. Aber erinnere mich mal dran, beim nächsten Urlaub darauf zu bestehen, dass alles schon vorbereitet ist. Dass man nicht wieder alles... Du meinst, dass das kein so... Ey, eigentlich ist das ja eine Trainingseinheit Urlaub machen, sondern dass wir richtigen Urlaub machen. Ein Urlaub-Urlaub. Hätten wir uns eigentlich mal verdient, ja. Das stimmt. Wir können das gern in den Kummerkasten schmeißen. Ja. Ja, genau. Der nie ausgelöst wird, so gesehen? Ja, nie. Ja doch, wenn er übergeht, dann kommt es halt in den Reichswolf, ne. In so einen Papierschrelle. Ich bin dran. Ja, eben, genau. Die Wege sind sehr effizient gestaltet. Sagen wir es mal so. Boah, der Klops bewegt sich. Der Klops mit Stahlplotter. Ja, ich glaube, das geht schon, was ich hier gezaubert habe. So. Ja, gut. Das andere auf der anderen Seite auch nochmal. Hier irgendwie ist das... Ach so, hier unten kommt ein Digger-Oschi dran. So hier. Wir nennen wir das dann hier zur schönen Aussicht, oder wie? Zur schönen Aussicht. Ja, wieso nicht? Fünf-Sterne-Wellness-Resort. Wo sind die fünf Sterne? Ja, arbeitet doch dran, oder? Kann man so sagen. Ja, irgendwo müssen wir die fünf Sterne auch an die Wand klatschen. Ach so, ja. Das glaubt ja keiner. Lässt sich sicher machen. Irgendwas pinöpelt hier. Aha. Um was wollen wir wetten, dass der gleich wegfliegt? Was denn? Wer? Ne, doch nicht. So, die Solarzellen sind jetzt auch mal sauber angeordnet. Das ist jetzt echt umgebastelt. Ja. Ah, ja. Das macht aber schon was her. Das wird doch da drüben so langsam. So. Na, öp, 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 öp. Ich glaub, was den Gebäude drüben auch gut tun würden, wäre Neon-Neonröhren. Ja. Ja. Aber, ja. Kann man, ich hab das Gefühl, man kann gar nicht zu viel davon haben, wenn man es in der richtigen Farbe macht. Ah. Ich hab, äh, gestern was gesehen, äh, das muss ich nachher noch ausprobieren. Es gibt eine ganz bestimmte, äh, ganz bestimmte, äh, ein ganz bestimmtes Skin-Muster. Na, da sehen interne Wände so geil aus. Hast du das in deinem Träum schon gesehen? Ja. Ich hab, äh, ich hab geträumt von schöneren Inventen. Das, das muss ich mal ausprobieren. Ja, ja, das, das muss ich jetzt mal, äh, gleich ausprobieren. Ob das nicht nur ein Traum war, so ne? Oh, ja, 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 Fuel Critical. Und schon, ach, ich bin mal nicht gestorben. Ja, normalerweise nehme ich ja hier jeden mit, den ich, jeden Trug mit, den ich kriegen kann, aber. Achso, die muss ich hier drin auch noch aufladen. Äh. Warum schleppe ich eigentlich eine Sauerstoffflasche mit mir rum? Das kann dir nur ein, äh, Keks verraten. Ne, also nicht mal ich selber, das. Achso, jetzt wollte ich jetzt mal. Innen. Wand. So. Das probieren wir jetzt schnell aus. So, entweder, das war der hier. Der war's nicht. So war's der hier. Oh mein Gott. Das sieht ja mit dem schon mega geil aus. Das leuchtet tatsächlich. Bist du, wachisch. Hm, schön. Gut, dass ich das auch weiß. So. Die hier sind ready. Dann brauchen wir die hier. Oh, dann machen wir die. Die haben sich bewährt. Mich interessiert das irgendwie schon, was unsere, was unser Stalker zum Beispiel da macht. Ja. Ob da schon gibt's, äh. Sollen wir mal demnächst mal vorbeigehen? Ja, ich seh die Windräder drehen. Aber ja, eigentlich könnten wir da mal ein Drive-By machen. Hm, ein Drive-By. Mhm. Dass das so ne gute Idee ist. Ja, da brauchen wir, glaube ich, nix befürchten. Ja, da brauchen wir die Windräder drehen. Okay. Na, hey, hey, hey. Ich hab dich ausgewählt. Ich sterben. Ah, nein. Nein, nein, nein. Aua. Ich will nicht sterben. So, ich brauch das in dem Tier, der... Alles. Warum du sterben? Keine Ahnung. Ich will ihr leben. Mach Helm auf. Äh, J drücken. Oder du hast keine... Du hast keine Energie. Du hast keine Energie. Ja. Ja. Lebst du noch? Äh, gleich nicht mehr. Ich fall jetzt grad runter. Oh. Oh doch, ich hab's überlebt. Dann schnell irgendwo hinsetzen. Unten, äh... Auf ne Bank, in Fahrzeug, durch... Irgendwo reinsetzen, ja. Ach so. Ach so. Keine Ahnung. Ich würd sagen, ähm... Das erfahren wir... In der nächsten Folge. Schön. Hallo. Willst du wieder rein? Hast du aber das Glück gehabt? Ja, ich kann's halt. Poker noch, bleibt halt wie Kondo und so, weißt du? Wer... wer kann, der kann, ne? Ich setz hier oben mal... ... an der Bank. Oh, wo müsste es da eigentlich hinkommen? Hautschen. Ha. So, dann brauchen wir die Neons nochmal. Irgendwie jedes Mal, wenn ich hier ans Hauptkotten komme, ne, ans Hauptgebäude mit der Produktion, sind die Container immer wieder anders dafür gefärbt. Welche Container? Die unten? Ja. Ah, das kann sein, dass ich den aus Versehen erwischt hab. Aber jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe. Siehste. Immer, immer eine Überraschung wert. Ja. So. Mhm. Dann hätten wir den schon mal... ... das schon mal irgendwo designt. Dann ist nur noch... Oh Gott, ich glaub... Ah, ob ich das schweiß... Äh... Äh... Auf jeden Fall... Werden wir mal hier irgendwo... Ah, die Tür, die kann ich später einarbeiten. Und hier fehlen noch... ... die Tore. So. Ich werde es erst produzieren. Was denn? Fenster. Ja, die musst du fertig schweißen. Brauchst Panzerglas und so weiter. Ja, dazu brauche ich ja bestimmt erst Glas. Und ich brauche Produktion... ... und Panzerglas. Ich stelle es her. Lass mal produzieren, komm mal mit. Da fällt uns bestimmt was für ein, oder? Da gibt's so was für ein Herz hier fahren. Was schon? Was hast du? Für den leeren Raum hier. Ja. Mhm. Okay, gut. Das wird unser Loft. Alles klar, Loft. Kann man machen. Glaub ich. Was brauchst du denn noch alles? Panzer... Ja, Panzerglas und Träger. Die Panzerglas. Das kann ich eigentlich dann so lassen. Das passt schon mal ins Bild. Dann brauchen wir noch... ... hier die Säumung nochmal. ... oder hin. Ich weiß nicht irgendwas... Ich weiß nicht irgendwas... ... oder hin.